Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iborger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Ja, super. Also ich glaube auch insgesamt ist es gut angekommen. Gerade das Niederlande Trikot gefällt den Leuten und uns auch. Also wir finden es auch sehr gut. Auf jeden Fall ein gelungenes Trikot. Ja, man muss sich daran gewöhnen. Es ist nicht ganz so oft, dass man so einen Trikot hat, aber ich glaube, kann man sich, habe ich eben schon gesagt, auswärts so blicken lassen. Ja, habe ich noch gar nicht so wirklich speziell gesehen. Klar, die hängen in der Kabine schon. Bei der Präsentation war ich noch nicht draußen, aber ich denke, die sind wieder, wie das letzte Jahr, auch gut gelungen. Endlich wieder ein lila Trikot, nachdem es letztes Jahr weiß gewesen ist. Wird auf jeden Fall gekauft. Die Trikots, die sind super. Also endlich mal wieder ein lila. Das ist Voraussetzung gewesen, irgendwie auch um das nächste Trikot kaufen zu können. Ja, das ist auf jeden Fall. Vielen Dank.